Ostwind! Glaubst du, ein bisschen Pferdekuscheln verändert jemanden? Sie ist nicht Mika. Mann, du fährst wie der letzte... ...nicht aufwachen, weil's Ostwind schlecht geht? Und Ostwind frisst nicht, weil Mika nicht aufwacht? Was bist denn du? Ich bin Sams Cousine. Und wer sind Sie? Sams Großvater. Oh. Denn der Krieger hat sein Gegenüber.